ich bin es wieder jp und zwar zum genau letzten mal erst mal hier auf bei lego star wars weil danach ist exchange vorbei nach dieser folge und zu prüsen wird wieder übernehmen was exchange ist das könnt ihr in der beschreibung erfahren oder drittletzten folge und bevor wir hier durch diese türen schreiten hat mir ein geheimer informant gesagt dass diese türen ja immer angefasst werden in die dem film nach dem man gerade spielt oder der ps oder und diese sind den türen von hot nachgeahmt also aus dieser eiswelt und wir gehen jetzt erstmal zu kapitel 3 falkenflug episode 5 das imperium schlägt zurück kapitel 3 falkenflug unter dem kommando des teuflischen dav vader haben die imperialen streitkräfte die rebellenbasis auf dem eisplaneten rot bezwungen nachdem er den feindlichen vorsturm mutig aufgehalten hat ist luke skywalker in seinem x-wing entkommen und während die letzten rebellen transporter den planeten verlassen nimmt hans holes in seinem rasenden falken mit den imperialen schiffen auf und das fällt ich doch alles so 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 Ah, ich muss die Dinger hier zerstören Ist mir gerade aufgefallen Äh, Moment, aber mal ganz eben, bitte Ah, Gott sei Dank, Alter Äh, ich hab gerade Wir sind, ich bin gerade ein bisschen top geworden Äh, deswegen muss ich mal ganz kurz Mein Dings leise stellen, hier, mein Ton Übrigens Ähm Kriege ich hier die Dinger nicht tot Anscheinend irgendwie, gerade Also ich muss die Dinger nicht tot kriegen an den Flugzeugen Aber ich bin zu dumm dafür Beziehungsweise Kann irgendwie nicht schießen Doch, jetzt Da, da, ach, immer nur gezielte Schüsse Ich muss gezielte Äh, Treffer landen Ah ja Ha, guckt es euch an, wie gut ich bin Aua, oder auch nicht Da, das waren wir Das war ein Nr. 10 Das war Nr. Keine Ahnung Auf jeden Fall Ich weiß nicht, wie viele das im Anfang waren Auf jeden Fall haben wir jetzt noch neun vor uns Und diese werden wir jetzt auch Auf jeden Fall Noch hinkriegen Naja So Erstmal Alter Weltraumsschlachten sind richtig was für mich Oh Nein Ach komm schon Jetzt geht doch da kaputt, Mann Ich muss ja nur auf dieses Hästige Teil da zählen Jetzt komm schon Das kann doch nicht so schwierig sein Und scheint ja doch Dann bitte mich Erstmal anderen hier Wenn der ja nicht will Aha Boah, wunderbar Alter, ich Ich bin so ein Dreck-Snoob in Dings In Star Wars Ist ja nicht mehr feierlich, ey Meine Güte Wow, nur noch sechs Geil Einfach geil Holle So leichter Das wären Dings Ups Ja Nach diesem Video Habt ihr auch wieder Einen Mehr skilligeren Dings Zumindest in Sachen Star Wars Hier am Berg Sitzen Ähm Hoppala Coole Sache Ach komm schon Das kann doch nicht wahr sein Da Putz Er ist den Dings zerstört Und dann den Burm Da Es kommen nur noch drei Es fehlen nur noch drei Und ich hab 50 Silber Ist doch schön Oh Komm schon Okay Okay Geil Ich hab die Pisten-Ecken hier wieder Dran Oh Da sind die letzten drei Die muss ich doch nur noch besiegen Alter Besser nicht Von wo ich die Aus welcher Lage ich die besiegen soll Irgendwie sind die alle Ziemlich scheiße Alter Jetzt mal ohne Witz Ich komm da nicht dran Irgendwie Ich bin da zu dumm für Ja wow Meine Güte ey Ah Kurz Da war doch schon was Habe ich schon wieder einen besiegt Jawohl geil Wow Die Welt rumschlacht Hammer Okay Ich lebe noch Ah jetzt nicht mehr Geil Gut doch Haha Geil Ah jetzt nur noch einer Da Alle fertig Okay 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 So Oh Oh Neu Ohhhh Hilfe Vamo a lai Ok Das ist ja gar kein Problem Ich bin der Meinung Die theoretisch Abschießen zu müssen Er ist aber nicht so der Meinung Hab ich das Gefühl Ah Umgedreht und kommt von hinten Ja Peace So Ähm Es ist nur wieder die Frage Wie man denn hier vorgehen muss Ah da ist irgendwas Hallo Aua Ups, Alter Aha Okay Nein So, anscheinend auch nicht Nö Hallo Wer bin ich? Was soll ich jetzt tun? Äh Allmächtiger Allmächtiger Freund neben mir Was soll ich tun? Der neben mir weiß ich es auch nicht Das war schon mal geil Das war echt Ah doch ich weiß es Ich hab Ja ich weiß was Ah Aha 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 Okay Doch, 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 doch Habs geschafft Geil So, Moment Da haben wir es Jawohl Alter Wir haben hier im Schlepptauch Ach man ist Da haben wir es doch geschafft So Ah, wir haben das Power Up Oh, da haben wir was So Eine Kurve drehen Ah, da haben wir aber kein Dings Okay Ach doch, da Da tauchen sie auch Nein Verdammt Da Haben wir eins Jawohl Oh Mitkommen So Da Jawohl Und das letzte fehlt noch Moment Wo ist es Na Da ist es schon Hey Hey Verdammt Moment Da Komm schon Jetzt aber Jawohl Geht doch Und der letzte ist auch schon auf dem Weg Hey Aha Wollte gerade sagen So Weiter geht's Yay Aha So Kommt irgendwelche wieder Irgendwelche Kugeln draus Ja Kommen sie Dann Müssen wir wieder weiter fliegen Ah Bist du schön hier Schieß mich mal ab Versuch das zumindest Es trifft mich jeder Ich Nö 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 Aua Aua Da Treffen sie mich Ne Geil Boah Da sind's alle vorbeigeflogen Die Armtrottel Aua Nein Doch ich hab ihn noch Aua Komm schon Ja Wunderschön Wunderschön Und da haben wir auch ne Komm schon Oh man ey Verdammte Scheiße Sind wir gerade im falschen Abend gestorben Oh wir haben sogar zwei Wir können mehrere einsammeln Das ist doch interessant Jawohl Und Tut Sie auch Ja Wir fliegen hier lang Und Was haben wir hier Aha Aha Müssen wir jetzt Geben die uns die Dinger Ne Ähm Das heißt wir müssen Die von dort hinten holen Boah ist ja voll der lange Weg ey Das ist aber irgendwie nicht so geil Ey Ach komm schon Ach come on Ach das ist ja Abgeschossen Na komm her Ja Da ist eine Vogel Und da ist eine Jawohl Und jetzt müssen wir nur noch Da lebend ankommen Und die Dinger reinbringen Ja da haben wir ihn erst mal abgeschossen Sieht gut aus Boots Geil Hier haben wir ein Dingsfil gekriegt So ein Ähm Minikit Und wir sind immer noch bei 14 Minuten Hey Schaffen wir diesmal vielleicht sogar ein 20 Und die 25 Hm Nein Okay die schütteln schon den Kopf Äh Dann werden das wohl wieder 20 Auch nicht schlimm Ey 25 Ich meine Da Da ist eine Kugel Na komm Jawohl Wir haben zwei Wir fliegen erst mal da ein. Nö, 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 nö. Hui. Wir sind da Leuchtestrahl. Ja, ich muss eh... Ich mach erst mal die hier. So, zack. Und zack. Jetzt nehme ich nochmal zwei mit. Dafür kommen wir da rein und mit den anderen. Und ich glaube, man kann auch da runter. Und das machen wir dann auch. Bevor wir dann da reingehen. Ja, ja. Ich bin schlau. So. Au. Okay, vielleicht noch nicht. Ah. Da ist eine Kugel. Ach, komm schon. Gib die Kugel her. Ja, okay. Das reicht schon. Wir... Müssen dieses Einen am Boden sprengen. Und... Das... Obwohl wir dann ranfliegen müssen. Moment. Da. Das kommt da hin. Und das Einen kommt da hin. Und jetzt müssen wir aber erstmal hier runter. Also müssen wir nicht, aber ich will gehen. Und wir fliegen. Ach ja, stimmt. Das ist... Oh Gott, das ist das Maul. Nein. Doppelte Punktezone. Ui. Zwei. Au. Au. Aha. So. Und... Ah, mein... Mein Kopfkratzt. Au. Ah. Oh. Nein. Könnte so entschließen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Können jetzt gerade aus. So. Und da. Und da. Das bringt uns aber irgendwie nix. So, und da können wir nicht lang. Oder? Ne, können wir nicht. Ah, da ist es offen. Äh. So. Hat mich gebissen. Kurz, kurz, kurz. Tja, man hätte es verwenden können. Ich mach das so. Ich mach sowas nicht. Das wäre ja schon mal leih. Und zu schlau. So. Ich hab aber schon mal zwei. Das ist auch schon mal ganz Brenner. So, wo sind die Teile denn? Aha. Nein. Verdammt, da war eins. Ey. So, drei. Aua. Verdammt. Die schweben jetzt da in der... Ne, wir haben sie noch. Ey, wir haben sie noch. Moment. Wir verpassen den Krater Lächer. Wutz. Dem Komet mein ich. Nicht dem Krater. So. Da haben wir schon wieder einen. Den können wir da hin tun. Aua. So. Geil. Fabelhaft. Da haben wir eine Kugel. Da haben wir auch schon wieder eine Kugel. Wo sind denn die letzten hier? Na komm, zeig dir doch mal bitte. Aha, da ist schon einer. So, schön, wunderschön. Und da ist auch noch einer. Ey, hallo Läder. Dankeschön. Wutz. Ich finde, wir fliegen ganz schön gut. Ich finde, wir sind toll. Da ist ein großes Schiff. Wieso bin ich da reingeflogen? Ey, wir docken am Schiff an. Nice one. Nö. Level abgeschlossen. Ha. Und es ist bisher noch unter Minute 20. Das heißt, wir haben ein Level geschafft. Unter 20 Minuten. Ey. Für die letzte Folge war das doch klasse. Jawohl. Komm, Clash-Eye. Der Clash-Eye. Der Clash-Eye hat auf den Kopf. Ist mir egal. So. Ich wünsche was auf mich. Ich denke mal, ihr auch. Gut. Ab der nächsten Folge übernimmt dann Sip Rhythm wieder. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein, eine schöne, schöne Legosauers-Teile. Und bis dann. Moment. Da. Bis dann. Haut rein. Musik Musik